Okay, Peace Leute, Ciel, Alessio Kenchi, wie auch immer ihr mich gerade nennt zur Zeit. Wieder mal am Start. Ich bin jetzt gerade hier im Beutelsbach im Jugendhaus. So und neben mir habe ich jetzt der Daniel vom Jugendhaus Beutelsbach. Also kommt vorbei am 16.10. zum Konzert von Alessio. Peace. Leute, wir werden euch alle hier erwarten natürlich. Ich hoffe ihr kommt alle schön zahlreich alle zu uns. Und ja, wie gesagt, okay, Alina, hau mal ein Beat rein. Ich habe da was ganz kleines für euch vorbereitet. Wenn es euch gefällt, liked das Video und teilt das Video. Ich erwarte euch am 16.10. im Beutelsbach, welche Straße im Jugendhaus? Die Stiftsstraße 32 in Beutelsbach. Okay, Peace. Baby. Baby, Baby, Baby. Jaa. Jaa. Ich will noch was sagen, Zarin. Es ist ganz schnell so fett als die Kopf vorbei. Ob sonst noch passt ja was. In meiner Welt leben nur ich die Gangster, in meiner Welt gibt es nur Bands, sagt kein WMW oder Lohusbruder. Halt die Presse, selber dein Opa, wenn der Band, auch wenn es nicht mehr sich fühlen, viele Taten ist mir egal. Ich bin wieder aufgestanden, halt die Presse, selber dein Opa, wenn der Band, auch wenn der Band, auch wenn die Pflanze wieder will, die Fresse widerspricht mir nicht. Ich bin einfach ein Tier, ich bleibe hier, binde die besten Texte, auf ein Blattpapier, moonlight neben mir, yeah. Morgen wieder Ponyzeit in 4, 3, 6, Mann, ich stand, alles du kennst, vore kein Band, ist mir dran, der Problem entbrennt, ist mir grad wieder Rapp, wieder weg, man, ich bin grad wieder weg, ist mir klar, mein Schönen senkt, ist mir grad wieder ein Effekt, was, was komplex wär, wenn ich wieder Rapp, wär's mir beginnt, fache wieder weg, Mann, ich bin jetzt grad wieder weg, immer noch über eine Flasche zählt, oder eine Band, ist mir grad, guck mal, wie ihn, meine Gruppe, dann er wieder brennt, jeder will, kann ich wieder abgehen, alles kein Problem, guck mal, wie die Wände alle, kann ich wieder abgehen, halt die Klasse, Mann, ich werde immer noch nicht im Tag stehen, will ich gerade wieder aufgehen, alles kein Problem, Mann, es wird gerade alles hier, okay, man, auf dem S4 Mini Samsung, alles kein Problem, morgen werde ich wieder abgehen, morgen werde ich wieder abgehen, am 16.10. wird es wieder fast gegeben, also komm, alle zu mir in meine Stadt, Wolfgangsbach, ja, im Jugend, doch bei Dani, und mit diesem Gang, kaufe ich mehr Bugatti. Okay, Leute, ich hab' Wert, das hat mich gefallen, das war so großartig, Freestyle, ich weiß, bisschen reingehen kann, aber wie gesagt, wir erwarten euch, wir erwarten euch, wir erwarten euch, am 16.10. und 15.00 Warten im Jugendthaus, äh, mein Freund Dani, willst du den Leuten noch eine Sache noch fragen? Ja, nächstes Mal. Okay, gut, also Peace, haut rein, Leute.